Eben in dieser Kirche hier, ist es ein bisschen doof, wenn ich das so sage, aber ihr habt meine ersten Tote gesehen, als Kind, im Fall. Ich hasse diese riesige Dinge. Nein. Oh, ja. Da sind wir einfach etwas rumstücheln und haben zu diesem Fenster hineingeschaut. Das war eben der Fehler. Ja, see you later.